Kristallis. Nein, den haben wir von ja schon vorher zu viel hier weitergefunden. Jetzt mal making skill point. Oha! Kannst mich doch nicht einfach abknallen? Wer denkst du bist du denn? Dass du mich einfach abknallst. Bäh. Also, was sagt das? Um den Grabstätte, das ist nicht das korrekte Wort, aber halt so ein Crypt, ich weiß nicht, was er im Deutschen ist, zu entern, muss man den Kristall des Moon, Mond, irgendwas reintun. Den haben wir schon reingetan und dann brauchen wir noch, aber um den Skull of Shadows zu kriegen, brauchen wir noch drei andere Kristalle. Den, so ein Kristall des Herzens, die Krone der Seele, oder die Seele der Krone, und das Auge des Maidens, äh, ich weiß nicht ganz, halt so ein anderer Kristall. Es sind halt drei Kristalle und dann halt, wo die versteckt liegen, irgendwie so begraben und bla 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 und so welche Sachen. Das, was uns eigentlich nichts bringt. Will ich halt nur mal so sagen. Aber, ich will da auch nicht mal hochgucken, weil ich glaube, dort oben könnte bestimmt mal versteckt sein. Sipf. Noch ein Seelentrinkerschwert, das haben wir aber schon. Sonst scheint hier aber auch nichts mehr zu sein. Dann geht's weiter. Oh mein. Hallo? Zombie-Man? Nicht nett von dir, dich hier heute zu zeigen? Ein Schwert. Hey, dort oben ist was. Nein, Entschuldigung. Irgendwie drücke ich immer die falsche Taste und dann halt, ah, warte. Das ist eine Kette. Brauche ich gar keinen Fall. Schießen. Da ist nur ein Licht. Aber da sind Magic Mushrooms. Die will ich haben. Yay. Geheimgänge mag ich doch immer gern. Geheimgänge haben normalerweise Geheimnisse. Würde man das... Hat ja wohl keiner gewusst, oder? Äh, irgendwas hat mich da gerade nach vorne gedrückt, ohne Grund. Dort hängen Zombies rum. Die wollen wir ja wohl nicht erstrecken. Ich meine, ich will ja nicht diese schönen, netten Zombies erstrecken. Oder? Was ist denn da? Ha! Ha! Das ist ja wohl geil. Guckt euch dann. Nein, dieser Sängen. La, 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 la. Ich bin Zombie-Mann. Ich bin Zombie-Mann-Tot. Geil. Ich wusste, dass es die Viecher gibt, oder? Ich hatte ja nicht schon wieder ganz vergessen, aber... Ich hab mal gewusst, dass es die gab, aber ich wusste nicht, dass man die so austricksen kann damit. Dann hab ich gar nicht gedacht. Ah, shit. Den ja nicht die Fluch in der Art, aber... Von Zombies aufgegessen zu werden, ist schon nicht toll. Geht doch in Abgrund. Hier ist ein Abgrund. Scheiß Zombies, die kommen von überall. Jetzt hab ich mich schon wieder verlaufen. Wo bin ich gut? Ja, das hat mich gerade erschrocken, aber meine Mutter. Tut mir leid. Aber das hat mir gerade eine tolle Schreckung gegeben. Was ist das denn? Ach so, nur ein toller Körper. Da rein mit dir. Warum die hier sind, bin ich mir nicht ganz sicher, aber wir tun, tun die schon. Autsch. Nee, mir hat mir das aber nicht will getan. Das ist nur ein Fehler gewesen, Mann. Weil normalerweise, wenn man hier reingeht, stirbt man. Ich hatte den Ring des Phönix aber gar nicht an. Also weiß ich nicht, wie er funktioniert hat. Weil eigentlich kommen wir hier noch gar nicht hin, das ist ein Fehler. Sieht man ja auch so. Ich werde den Regier weggehen, also fange ich das jetzt mal an. Da will ich mal spielen, ich schumme, nur dann bringt es einen um. Hier sind wir. Hier gehen wir den normalen Weg. Gestolpert, hä? Ist auch nicht so witzig, ein Tommy zu sein, wenn du gestolperst. Pst. Hier sind wir in den Armag gegangen. Aber jetzt sind wir schon wieder hier. Irgendwie laufe ich immer nur im Kreis. Oh, ich sehe. Das ist noch nicht weh. Da ist ein Seil. Seile ist es immer gut abzutknallen. Nett. Wir sind da. Ich bin da. Da sind schon wieder die dummen Leute. Arschloch. Das ist mir fast umgelegt. Gut, dass ich noch mal gut oft genug gedreht habe. Was ist das überhaupt vor? Ich will es mich niemals besiegen. Wir sind Sparta oder sowas. Das ist... Naja, wovon ich rede. Jetzt krumm willst du auch noch lang. Du darfst sterben. Geh, er scheint tot zu sein. Können wir weiter. La, 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 la. Und ja, das ist meine enthiesiastische Stimme. Tut mir leid, wenn ich mich immer noch nicht sehr enthiesiastisch anhöre. Nicht runterfallen und nicht überhaupt fallen. Fallen ist nie schön. Man weiß... Am meisten noch, weil man runterfällt. Jam, jam. Graf. Gräber sind immer schön. Am meisten, wenn man die ausräumen kann. Irgendwie liegen die auch ein bisschen eigenartig. Oder sieht er nur so aus, so in die Höhe. Aber naja. Graf. Geht mir was. Oh mein Gott, ne Falle. Maschrum. Au. Nicht gut. Weg hier. Die Leute sind nicht zu fröhlich, dass ich den Graf ausgeraubt hab. Das war auch nur ein Witz. Gibt's doch wieder. Was muss ich jetzt denn? Ich nehm ja mal einen Stein mit. Hier sind wir dann. Gut, dass ich den Stein mitgenommen habe. Ist gut, dass die Viecher nicht kaputt gehen können. So viele Sachen sind gut in dieser Grabstätte. Noch mal eine schwere Rüstung. Die haben wir vorher schon gekriegt. Ich muss hier doch nur die Leiche haben. Das ist doch alles. Aber dann kann ich hier später schnell wegrennen. Oder auch nicht. Dann wo muss ich jetzt lang? Erstmal durch die Grabstätte. Dann kann ich den hier benutzen, um später schnell wegzuladen. Oh, ihr seid doch alle. Will man sich einen Ausgang bauen? Damit ich nicht... Weil ich daher wohl schlecht hochkomme. Nee, ne. Naja, er kennt den Weg ja. Vielleicht sollte ich aber auch nicht diesen Weg benutzen, weil... Könnte sein, dass ich später dann hier nicht mehr reinkomme oder sowas. Ich kann ein paar davon essen. Ich gehe hier rüber, dann hier lang, dann da lang. Interessant, hier geht es auch noch lang. Abgeschlossen. Ah, nee, ne. Ich hoffe, ich will nicht, warum die mich mit Einschlag umbringen, wo ich nicht tot bin. Das macht das richtig schwer. Und das mag ich eigentlich, aber... Trotzdem macht das das richtig schwer. Dann machen wir jetzt schnell fertig. Shit. Lass mich doch alle hinru... Jetzt bist du dran. Dummer. Cool. Ich dachte, ich habe gerade einen anderen Gruel gehört, aber naja. Die Zombies sind einfach zu stark. Ich muss mir irgendwas überlegen. Entschuldigung, jetzt sterbe ich schon wieder so oft. Eigentlich ist die Stelle nicht schwer, weil Zombies nicht stark sind. Aber irgendwie kriege ich da nicht hin. Ich habe wieder das Gefühl, dass ich zu sehr nuschle. Nur da zu leise rede. Was war das denn? Das sind's Arrentiere's, Kant. Zum Wohl! Achso.